So und jetzt nochmal auf der Stroke Art Fair, habe ich das richtig bayerisches gefunden, perfekt für unsere Zünderpalle, einen Crucifix und den Leo Slavik, den habe ich auch hier neben mir stehen, der das hier gezaubert hat. Leo, erzähl uns was über deine Kunst, über diese imposanten Werke. Hi, Servus, ich bin der Leo von Crucifix, ich mache das mit einem Partner zusammen hier, wir sind öfter auf der Stroke vertreten, dieses Jahr in dieser wunderschönen Halle, ich finde es echt cool, muss ich sagen. Wir haben ein paar neue Sachen gemacht hierfür, eine neue Jesus-Serie, wie ihr gesehen habt, ansonsten habe ich Kindle jetzt in einer Großserie produziert, das heißt, da könnte man sich gerne eins abholen, ansonsten, ich finde es hier wunderbar, mal schauen, wie es hier läuft.